Räumliche Geometrie, so räumliches Denken, erst recht auf einem flachen Blatt Papier, das war damals im Matheunterricht immer meine absolute Nemesis. Alles andere, Prozentrechnen, Wurzelbehandlung, Parabelflug, das ging kein Thema. Aber platziere einen Rompendodekaeder aus zwölf gleichschenklichen Rauten so auf der Z-Achse, da platzt mir bis heute der Scheitellappen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie irgendjemand Flugbahnen zu fernen Planeten berechnen kann, nicht mal in Kerbal Space Program. Umso erstaunlicher ist aber, dass ich 3D-Puzzle-Spiele absolut liebe. Sowas wie Superliminal, in dem ich mein Gehirn um unterschiedliche Perspektiven und Größenverhältnisse herumwickeln muss. Oder auch ein Viewfinder, in dem ich zweidimensionale Fotos so im Level platziere, dass dadurch in 3D neue Wege entstehen. Oder natürlich die Genre-Königin, natürlich Portal. Und Portal hat gerade erst im Januar höchst willkommenen Nachwuchs erhalten, nämlich die famose Mod Portal Revolution, die Steam quasi über Nacht erobert hat. Und bei mir ist jetzt einer der Schöpfer dieser Mod zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan Heinz. Servus. Servus, Micha. Schön, dass du da bist. Und erst mal herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Ich mein 1,4 Millionen Trailer-Abrufe nach Release. In der Spitze über 7000 Menschen, die auf Steam gleichzeitig eure Mod gespielt haben. Und über 4000 Steam-Bewertungen in den ersten 5 Tagen. Das ist ja der Wahnsinn. Kannst du uns vielleicht verraten, wie oft Steam, wie oft Portal Revolution auf Steam jetzt schon heruntergeladen wurde? Auf Steam-Account haben es gerade anscheinend 718.000 Leute und gespielt haben es über 180.000 Leute. Ich mein, ich kann diese Zahlen nicht wirklich in Kontext setzen, weil es ist mein erstes Spiel. Wie wir das veröffentlicht haben, wussten wir überhaupt nicht, wie es ankommen würde. Und es ist selbst, ich glaube, für einen Außenstehenden, für einen Spieler ist es leichter einzuschätzen, was der Hype oder wie die, wie bekannt das ist oder wie viel darüber geredet wird. Aber für mich ist es absolut null einschätzbar. Also ich würde sagen 718.000 Installationen. Ich mein, klar, es ist natürlich eine Mod, die ist kostenlos, aber trotzdem. Und 184.000 Spielerinnen und Spieler. Also es gibt viele Spiele, die sich das wünschen würden, weil gerade bei diesem riesigen Steam-Angebot. Jetzt ist ja Portal Revolution eine Mod für Portal 2, also für ein fast 13 Jahre altes Spiel. Wie erklärst du dir denn dieses, dieses riesige Interesse an eurer Mod? Ich mein, Portal ist ja extrem zeitlos und Leute fragen Valve immer schon nach einem neuen Spiel. Und ich verstehe auch, warum sie es nicht machen oder warum sie Probleme haben. Es ist einfach zu perfekt, dass man da etwas Neues machen kann. Und wir haben schon alles probiert, irgendetwas Neues zu machen. Aber ich war sehr interessiert auch, wie Valve das machen wird. Ich war aber trotzdem überrascht, dass nach 13 Jahren der Hype einfach überhaupt nicht abgestorben ist und noch immer so viele Leute da dabei sind. Ja, ich finde, du sagst es schon richtig, Portal ist echt zeitlos und auch zeitlos perfekt in dieser Mischung aus Humor, aus minimalistischem Design und so einer klaren Bildsprache auch. Allein wenn du die Piktogramme dir anguckst auf diesen Test-Bannern irgendwie, da fällt halt dann einem kleinen Portal-Figürchen so ein Cube auf dem Kopf oder sowas. Das ist ikonisch. Also, was willst du daran noch ausbauen oder sowas? Ist es auch tatsächlich für euch ein Problem, wenn ihr als Modding-Team da dran sitzt und sagt, okay, komm, lass Portal modden. Aber was kann man dem Ding noch hinzufügen überhaupt? Das ist das Schwierige, ja. Und viele unserer Ideen sind einfach nur Ideen, die Valve hatte, die die aber nie fertig gebaut haben. Ähm, und vor allem für, also vor allem für die Puzzles hinter den Testkammern, ähm, bin ich eher in Half-Life-ähnlicher Richtung gegangen als Portal, weil es einfach, was machst du mit Portalen ohne Test-Elementen? Es ist ziemlich, ziemlich schwer und dann brauchst du andere Elemente. Also es ist wirklich schwierig, Gameplay-mäßig was Neues zu machen. Und die Moni-Community versucht ja auch seit den letzten 13 Jahren neue Sachen zu erfinden. Und ich sag mal so, ich hab jetzt ja noch kein Element, kein eigenes Element gesehen, was so elegant ist wie die aus dem Originalspiel. Ja, das stimmt. Es war einfach diese, ähm, gerade auch Portal 1, diese, äh, es war halt das perfekte Paket. Eigentlich, du hast den Humor mit GLaDOS, äh, nichts gegen Wheatley. Ich liebe Wheatley in Portal 2, aber er ist halt nur die Fortsetzung von GLaDOS irgendwie, die in Portal 1 schon fantastisch war. Du hast dieses schnörkellose Design in Portal 1 schon gehabt. Jetzt musst du, du bist jetzt tatsächlich, äh, unser Schiedsrichter an dieser Stelle, denn auch bei uns in der Redaktion gibt es, äh, niemals enden wollende Diskussionen darüber, ob denn jetzt Portal 1 das bessere Spiel ist, oder Portal 2, das ja auf dem Papier mehr bietet, ne, nicht nur eine umfangreichere Kampagne, auch mehr Optionen halt in den Puzzles selber mit irgendwie dem Gel, was man noch nutzen kann und sowas, plus natürlich ein Coop-Modus, der noch oben draufkommt. Jetzt musst du, äh, an dieser Stelle tatsächlich ein für alle Mal, äh, sagen, was ist besser, Portal 1 oder Portal 2? Ein für alle Mal. Die Diskussion gibt es in der Moni-Community sehr oft und ich, ich traue mich da keine Seite zu nehmen. Ähm, aber Portal 2 hat für die meisten Leute mehr zu bieten. Ja, diplomatische Antwort. Obwohl natürlich Portal 1, Portal Revolution ist sogar in vielen Elementen mehr an Portal 1 angelehnt. Mhm. Ähm, aber Portal 2 hat einfach mehr zu bieten und ist für die meisten Spieler spannender. Und das war auch dann die Richtung, äh, Aperture ist für Valve, äh, die, äh, es ist ihre universal, universalste, universal anwendbarste IP, die sie haben und das sieht man auch in den ganzen Sachen, die sie damit machen. Und das hat sich eigentlich erst so seit Portal 2 gebildet, dieses, die Komödie einzufügen. Portal 1 hat auch Komödie, aber ist mehr hinter der, ähm, mehr hinter dem ganzen dunklen und etwas depressiverem, äh, Aperture-Stil, der näher an Half-Life angelehnt ist, versteckt. Ja, es stimmt, es war, es war, es war, du hast recht, das habe ich noch nie so bedacht, es war ein bisschen bedrückender. Das erste, mal abgesehen von GLaDOS, das zweite Portal war ein bisschen leichtherziger. Gerade auch mit den, mit den Persönlichkeitskernen. Und wie viel, ich meine, auch das ist ja tatsächlich eine Leistung gewesen damals von Valve, wie viel Persönlichkeit man rausholen kann aus einer Metallkugel mit einem Auge. Also wie es halt, das macht ihr ja auch in Portal Revolution, ne? Es gibt, ich will nicht zu viel spoilern, aber es gibt zwei, äh, Persönlichkeitskerne, zwei so Augenkugeln, äh, die dich begleiten an unterschiedlichen Stellen der Mod. Und die sind super vertont einerseits auf Englisch, also, äh, coole Leute, die ihr da gefunden habt, um denen Stimmen zu geben. Und ihr spielt halt auch mit dieser Mimik, ne? Wie dann halt, wie, wie die reden, so, die haben ja nicht mal einen Mund, aber dadurch, dass sie halt dieses Auge sind und dann so ihre Metalllieder hin und wieder zusammenkneifen und den, ihren Kopf schütteln oder sich selber schütteln, wenn sie reden, sehr gut eingefangen, muss ich an der Stelle mal nur sagen. Danke, Animation ist mega schwer, vor allem von, vor allem von den Dingen. Echt? Und, und mit den Tools. Und wenn du keine Erfahrung in Animation hast, dann ist recht. Ähm, aber ja, äh, ich meine, Wheatley haben es ja eigentlich, die Idee war am Anfang, dass sie, dass man irgendwie drei oder mehr Kerne hat, die man einzeln begleitet und dann nur für ein kurzer Moment auftreten. Und dann haben sie sich gedacht, dass, wir lernen niemanden von denen kennen. Dann haben sie all diese Ideen in allen einzigen Personen implementiert quasi. Und das funktioniert auch halt viel besser. Ja. Ich meine, Wheatley war halt auch genial vertont. Stephen Merchant, der das gemacht hat, der britische Comedian in der englischen Version, war einfach fantastisch. Deutsche Version okay, würde ich sagen. Also haben sie auch gut hingekriegt. Aber die englische ist... Der deutsche Synchro ist immer schwer. Ja, ne? Das ist immer viel schwieriger, ja. Ja. Und ich habe natürlich auch am Anfang die deutsche Version gespielt. Ich meine, da war ich ja auch noch sehr jung. Ähm. Und auch als letztes habe ich wirklich sehr viel, ähm, mehr Liebe für Wheatley gewonnen. Weil ich habe, ich glaube, das geht vielen Spielen und so. Am Anfang bemerkt man irgendwie diese ganzen Nuancen nicht. Und erst nach dem dritten Mal spielen oder so, fällt einem auf, wow, da ist so viel Detail in diesem einen kleinen Wortwitz. Es ist ja so gut aufgebaut. Und das, vielleicht betrachte ich das mehr, weil ich ja jetzt auch alles extrem analysiert habe. Aber, ähm, sowas ist mir am Anfang einfach komplett über den Kopf geflogen. Aber ich finde, Wheatley ist nicht nur Nachfolger von Gladys. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr mit dem toll gemacht. Ja, also stimmt schon, war von mir vielleicht vorhin ein bisschen salopp so gesagt. Bei Wheatley merkst du halt tatsächlich auch an den Sprachaufnahmen, dass der Stephen Merchant halt sehr viele Freiheiten hatte, auch beim Einsprechen. Der hat jetzt keinen, natürlich irgendeinen Text gehabt, logischerweise. Aber ich glaube, sie haben ihm auch den Freiraum gegeben, da noch so kleine Nebensätze mit reinzusprechen und kleine irgendwie Sachen vielleicht auch zu ändern oder noch hinzuzufügen und so. Also ein bisschen Impro mit draufzulegen. Ja, das ist halt, was Comedians können. Einfach immer noch so ein bisschen. Das haben wir auch gemacht. Echt? Ja, ja, also an sich habe ich den Dialog geschrieben. Aber halt auch sehr viel Input von, also wir hatten noch einen, der Writer von Portal Story SML war bei uns auch eine Zeit lang dabei. Der hat viel geholfen, die Charaktere einfach den Kern zu finden, weil da war ich ein bisschen verloren, was die Charaktere genau sein sollen. Die haben sich extrem gewandelt über die Zeit. Okay. Aber viele Witze im Spiel sind einfach komplett improvisiert worden von den Synchronsprechern. Und das ist halt auch, was einen guten Synchronsprecher ... Oder, weißt du, wenn du einen Synchronsprecher hast, der selbst einfach witzig ist und Spaß hat, mit dem zu arbeiten, der solche Sachen einfach hinzufügen kann, das ist so toll. Ja, das ist richtig viel wert. Ja, definitiv. Wie sehr schmerzt es dich denn? Ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, es wäre schwierig gewesen, Portal fortzusetzen aus Valve-Sicht sozusagen. Aber wie sehr schmerzt es dich denn trotzdem, auch wenn du gerade die bisherigen Portals so viel gespielt hast, dass Valve Portal nie fortgesetzt hat? Also wünschst du dir trotzdem irgendwo tief in deinem Herzen ein Portal 3? Oder sagst du, ich vergebe Valve? Natürlich hätte ich gerne eins, aber ich wüsste auch nicht, wie man es machen würde. Und ich bin froh, dass wir lieber Cairns haben, als ein schlechtes. Ja, okay. Ja, ja, fair enough. Aber was ich mir so dachte, das war auch einer meiner Gedanken, als ich Portal Revolution gespielt habe, an sich, was so die neuen Gameplay-Ideen angeht, die ihr reingesteckt habt, ist es nichts völlig Überzogenes. Du hast dann beispielsweise die Laserwürfel, wo der, mein Gott, ich kann das so schwer erklären, jetzt kommt der Matheunterricht wieder, wo der Laser quasi in einen Würfel hineingeht und dann aus einem zweiten wieder herauskommt. Ne, so eine, sozusagen ein Lasersprungtor oder sowas. Ne, das ist so eine Sache. Ja, die heißen Schrödingers Würfel im Code. Ah, okay. Ist da Katzen drin. Quantenwürfel, so Quanten-Entanglement-Sachen. Ja, sehr coole Idee. Dann das zweite war, ich erinnere mich gar nicht mehr, ob es das in Portal 2 gab, dass man so Würfel und Kugeln mit Gel quasi einfetten kann, dass die dann rumspringen oder gleiten. Doch, doch. Das gab es in Portal 2 schon. Da siehst du mal, wie wenig Ahnung ich habe von Portal. Wurde nur nicht oft angewendet, weil sobald der Würfel einmal springt, springt er. Und dann kannst du relativ wenig damit machen. Und eine Sache, die wir eben, also ich habe das halt benutzt für, um dem Wasch, wir nennen es die Dusche, um der Dusche einen Sinn zu geben. Die Waschanlage sozusagen, ja, genau. Ja, ja, ja. Die Sprengleranlage, um der einen Sinn zu geben, weil das ist ein Feld, was Gele auflöst. Und dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir einen Würfel, der springt herum und der bleibt nicht am Boden sitzen. Und dann musst du es durch die Waschanlage geben und dann kann er endlich drauf liegen. Dafür haben wir es angewendet, aber Portal 2 benutzt es im Singleplayer, glaube ich, nur einmal. Aha. Da hat man so eine Kammer mit einem Käfig in der Mitte aus Glas und da muss man Gele von oben runter schießen, damit es den Würfel anmalt, der schon drin sitzt und dann hüpft er herum und macht alles kaputt. Oh ja, jetzt, wo du es sagst. Ja, da klingelt irgendwie eine Glocke. Gut, okay, gut, dass ich dich habe. Und im Coop nochmal. Und im Coop wird es nochmal benutzt für, da hat man eine schräge Plattform, also einen schrägen Boden und mit ganz vielen Lasern, die darauf angeratet sind. Und da muss man einen orange angemalten Würfel runter schlittern lassen, der dann diese Laser nach und nach ausschaltet, damit man vorbeireinen kann an Plattformen, die heruntergehen. Aber weiter wird es, glaube ich, nicht benutzt. Deswegen haben viele Leute gedacht, das haben wir uns ausgedacht, aber nein. Und Mel hat das auch. Okay. Da haben Leute auch schon gedacht. Das habe ich noch nie gesehen. Stimmt, ja, stimmt. Mel hatte es auch. Man vergisst, Portal Stories Mel, für alle, die das nicht kennen, als kurzen Einschub ist sozusagen die Ur-Mod für Portal 2, ist rausgekommen im Jahr 2015 schon. Also jetzt auch schon seine guten neun Jahre. alt und war eine neue Portal-Geschichte in den 1950er-Jahren. In diesem Retro-Stil, zumindest am Anfang. Wenn ihr die nicht kennt, spielt die noch. Also spielt natürlich auch Portal Revolution, aber Portal Stories Mel ist tatsächlich sehr, sehr cool. Es gab noch mal einen kleinen VR-Ableger, so eine Mini-Story vom selben Team. Ist, glaube ich, nur so 20 Minuten lang. Portal Stories VR. Ohne Portale, ja. Genau, eher eine Geschichte halt in diesem Universum. Haben es einen anderen Game Manager gemacht, hätten sie alles neu programmieren dürfen. Das ist sehr aufwendig. Es gibt ja auch eine VR-Bot für Portal, aber ich will die gar nicht ausprobieren, weil ich habe einerseits Höhenangst und ich glaube, wenn man dann so von einem hohen Vorsprung in so ein Portal, was dann irgendwie 30 Meter unter dir ist, ah nee, komm nee. Ich meine, nichts gegen VR. Ich liebe Virtual Reality, aber nicht für Portal. Ja, vor allem, das ist in so Ports immer schlimm. Im Allgemeinen, die ganze Physik ist für VR halt ganz anders. Und ich weiß, wir haben uns auch schon überlegt, wie VR funktionieren würde. Wir haben ja den Code und so. Und ich dachte immer, das kannst du eigentlich nicht wirklich machen. Und ich frage mich, was die gemacht haben. Weil wenn du in den Boden hineinspringst und dann ist quasi deine Kamera nach unten gerichtet und dann kommst du hinaus, dann muss ja deine Kamera nach oben gerichtet sein. Ja. Ja, stimmt. Du musst, genau, musst dich drehen quasi. Und wie machst du das? Weil wenn du auf einmal nach unten schaust und dann schaust du aber nach vorne oder dreht man, ich weiß nicht, wie die das machen würden. Ich habe keine Ahnung, wie die das, es ist so, weil der Raum für dich als Person im echten Leben verändert sich ja nicht. Das ist ja nur digitale Welt, die sich dann dreht und ich weiß nicht, wie die das gemacht würden. Ja, frag mich. Muss ich mal anschauen. Ja, es ist. Ja, ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, ich habe keine Ahnung, aber es klingt nach einer spannenden Herausforderung bei der VR-Entwicklung. Wo wir gerade noch bei neuen Gameplay-Elementen waren, womit ihr sehr viel gespielt habt, den Portal Revolution in den Levels, ist den Strom ausmachen. Was ja auch eine ziemlich einfache Mechanik ist, mit der man aber super Puzzles erstellen kann. Und das habt ihr auch gemacht. Was passiert denn, wenn der Strom aus ist und so Sprungbretter funktionieren nicht mehr, beispielsweise oder Energiebarrieren sind dann nicht mehr da. Und wo platziere ich dann meine Portals, um davon Gebrauch zu machen, bevor ich den Strom wieder einschalte? Toll. Ey, so schöne Kopfnüsse, die dabei rauskommen sind. Ja, du sagst ja immer sehr viel. Wir haben es aber nur zweimal. Das ist echt eine meiner Lieblingsmechaniken. Ja, aber weißt du, warum es mir so vorkommt, als wäre es sehr viel? Weil ich ewig da gesessen habe, insbesondere beim zweiten Mal, und überlegt, wie zum... Was? Warum? Was soll ich hier machen? Die zweite Kammer. Ja, die ist... Also, wow. Da haben Leute viele Probleme, weil sie nicht checken, dass... Also, ich sehe sogar... Das ist das Ding, weißt du, als Designer möchtest du nicht, dass Leute zu viel stecken bleiben. Mhm. Aber vor allem nicht, dass die Schwierigkeit gerade so sich bewegt. Ja. Was in dem Fall... Leute haben es ziemlich leicht im Spiel und dann auf einmal kommt dieses Puzzle und sie haben es ziemlich schwer. Ja. Ähm, aber dieses Puzzle war noch schlimmer und, äh... Aber irgendwie, ja, es ist interessant zu sehen, wie Leute nicht darauf kommen, dass wenn man einen Würfel... Also, das ist jetzt ein Spoiler. Auf ein ausgeschaltetes Katapult legt. Sie checken sogar, sie sagen sogar, okay, das schaltet das Katapult aus und so. Aber sie... Dass das Klick macht, das dauert... Das ist sehr interessant für mich, weißt du, als Designer sind die Sachen alle offensichtlich. Mhm. Ähm, und du kannst euch nur durch ganz viel Playtesting herausfinden, was Spieler wirklich machen. Ja. Ja, das war genau mein... Der Knick in meinem Kopf. Und das Playtesting... Das Playtesting ist, was Valve sehr, sehr gut macht. Also, die sind die Kings of Playtesting. Und ich hätte auch viel mehr geplaytestet, ähm, um solche Sachen herauszufinden. Ähm, aber da ist halt auch einfach wieder der... Der Zardoff-Fund halt gigantisch. Und du musst auch Leute finden, die so viele Erfahrungen brauchen in dem Spiel und in dem. Und da musst du auch immer unterscheiden. Weil wenn du jetzt Leute nimmst, die haben schon 10.000 Stunden Portal, weil die Community-Test kann man den ganzen Tag spielen. Die sind natürlich nicht repräsentativ zu normalen Spielern. Die spielen Portal Revolution in zwei Stunden durch. Ja. Ähm, ja, und dann musst du eben Leute finden und dann musst du denen auch vertrauen, dass die das niemandem geben. Und das ist halt auch wieder gruselig, jemandem einfach eine Steam-Key zu geben, den du nicht kennst. Und dann hoffst du, ja, spiel mal, ohne dass du irgendwas aus Versehen veröffentlichst. Ja, ja, definitiv. Kann ich super nachvollziehen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ist halt leichter, wenn du in der Firma bist und du sagst einfach, hey, komm zu uns ins Büro und dann spielst du hier und dann unterschreibst du ein NDA und dann ist alles klar. Aber das ist eine sehr interessante Kammer. Ja, das ist ein sehr cooles Element. Das ist eines meiner Lieblingselemente. Ja, absolut. Genau, würde ich komplett unterschreiben, weil das sind ja dann auch die Momente, die einem im Gedächtnis bleiben. Ich finde, Portal hat eh schon, es ist halt wirklich ein Puzzlespiel. Du kommst in so ein Level rein und du siehst alle Teile. Du siehst, welche Mechanismen es gibt. Da drüben ist ein Schalter. In einem gut Design-Puzzle, ja. In einem gut Design-Puzzle, genau. Aber ihr habt gute Design-Puzzle. Ich habe schon sehr viele schlechte Sachen gespielt. Alter, von den Community-Testkammern wollen wir gar nicht anfangen. Da sind sehr gute dabei, aber es ist auch ein Haufen Zeug dabei, wo ich mir denke, was haben sich Leute dabei gedacht. Ist ja auch vollkommen okay. Aber was ihr da eingebaut habt in Portal Revolution ist wirklich gutes Level-Design und gutes Puzzle-Design. So, und im Idealfall kommst du da rein und siehst, was möglich ist. Wo ist ein Schalter? Wo kommen irgendwie die Würfel raus? Wo kann ich Portale hinmachen? Da oben ist eine weiße Stelle an der Wand. Da drüben fließt irgendwie blaues Gel, was Sachen hüpfen lässt. Okay, jetzt überlege, wie setze ich diese Teile zusammen? Also wirklich klassisch Puzzle, nur halt dreidimensional und in deinem Kopf. Und wenn du dann, und deswegen sind mir diese Strommomente so in Erinnerung geblieben, dass ich dachte, es sind mehr, wenn du dann manchmal da stehst wie der Esel vorm Berg, da komme ich mir so unglaublich dämlich vor, weil ich mir denke, ich habe doch alle Puzzleteile zur Hand und ich weiß nur nicht, wie ich sie zusammenstecke. Und dann macht es irgendwann Klick und du denkst, was ist, wenn? Probierst es aus, es funktioniert. Und das ist dieser wundervoll erlösende Moment, den ein Portal und auch natürlich andere Puzzle-Spieler halt so großartig dann einfängt. Und das bleibt dir in Erinnerung. Man redet ja bei Spielen auch immer von Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, ich habe es gelöst. Ich habe nicht auf YouTube geschaut, wie es jemand durchspielt. Kann man auch machen, ist auch cool. Aber nee, ich habe die Lösung gefunden, weil ich einfach dran geblieben bin. Bestes Gefühl da wäre ich. Ja, ich möchte auch gerne Werte über das Element drehen, weil das ist der Einzige, das ist wirklich ein richtig cooles Element, weil ich mag Gameplay-Elemente, die quasi einen Vor- und einen Nachteil haben. Das macht interessante Puzzles. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gel auf einer Oberfläche platziert habe, dann ist es da und es geht quasi nicht mehr weg. Das heißt, das ist ein permanenter Fortschritt. Aber so etwas wie der Strom an- und ausschalten ist etwas, was immer nur temporären Effekt hat. Und es verändert halt alle anderen Elemente. Also es kombiniert sich ja mit allen Elementen. Und deswegen habe ich halt ja, mir überlegt, also ich wollte auch noch Puzzles machen, wo man dann eine Lichtbrücke hat oder ein Laser, der dann anders ausgeht mit den Sachen. Aber ja, wir haben auch noch ein drittes Puzzle später, aber es ist eher ein kleines. Ähm, im dritten Akt dann. Ja, aber... Pass mal nochmal die Frage, ich habe es vergessen. Der Strom, wir reden immer noch über den Strom. Ja, über den Strom. Ich habe gar keine Frage gestellt. Es geht einfach nur um den Strom. Nee, ich schwelge einfach nur. Ich schwelge einfach nur. Nein, ich rede gerne über das Gameplay, weil das ist, ähm... Also die Passers haben alle ich desahnt. Ja, sehr gut. Und das hat sehr, sehr viel Playtesting gedauert. Und das ist eine Sache, die viele Spiele auch gar nicht bemerken. Ja. Also wenn du deinen Job gut gemacht hast, das ist in vielen Berufen so, wenn du deinen Job gut gemacht hast, bemerkt keiner, dass du irgendwas gemacht hast. Und, äh, ich freue mich sehr, dass alle das Puzzle-Design loben und das, äh, Environment Art, also die Umgebung, wie das alles aussieht. Ja, ich kann dir da auch tatsächlich nur den tiefsten Respekt, äh, noch mal überbringen, auch von meinem Kollegen Jonas, der das Testvideo von uns, äh, zu Portal Revolution gemacht hat, der auch gesagt hat, boah, ja, die Lernkurve, das Level-Design, wie da neue Elemente eingeführt werden, wie man rangeführt wird, das ist richtig professionell gemacht. Also, ne, wenn da jemand, natürlich ist es nicht Portal 3, weil wenn es ein Portal 3 von Valve wäre, würde man natürlich ganz andere Maßstäbe noch mal dranlegen, was irgendwie die Evolution oder Revolution dieses Portal-Prinzips anginge. Aber es ist einfach, dass du sagst, okay, cool, ne? Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, jemand von Valve hat in seiner Freizeit oder so das noch designt, würde ich auch glauben. Ja, so ist es nicht. Ja, eine Sache, die im Level-Design, äh, verb-ver-verbessert wird, ich möchte nicht so viel über negative Sachen sprechen, aber, ähm, es, äh, es wirkt teilweise so, als würde das, als würde der Schwierigkeitsgrad ansteigen und dann auf einmal geht er wieder runter. Und dann spiked er manche Spiele an manchen Passes noch einmal. Aber das kommt dann auch voll auf die Spiele an. Ja. Ich weiß, was du meinst. Es gibt gerade später im Spiel Passagen, die nicht mehr so vertrackt sind, ähm, in der, okay, wann muss ich was machen und wie sind die Timings, sondern die relativ klar, okay, ich muss ein Portal setzen und dann noch ein zweites Portal und dann springe ich in ein Portal und werde aus dem zweiten rausgeschmissen, so ein bisschen. Ähm, ich finde das aber nicht ein Problem, in der Balance, weil das ist nochmal einfach eine andere Art, die ich denken muss an dem Punkt, weil ich dann überlegen muss, okay, wie kann ich, wo kann ich denn jetzt das zweite Portal? Da ist es dann nicht so offensichtlich, okay, wo sind die Stellen irgendwie, wo ich die Portal setzen muss, sondern du, ich, ich rede das alles sehr nebulös, aber ich will nicht spoilern, worum es konkret geht. Muss dann überlegen, okay, wo gehe ich vielleicht auch im Level, wo ich gerade durchgelaufen bin, der ein bisschen linearer ist, wieder zurück und muss dort was machen, und dann an der Stelle, wo ich gerade war, weiterzukommen, äh, sehr verklausuliert ausgedrückt, Spielportal Revolution, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, aber ich finde das nicht nachteilig, sondern es ist eine andere Art, die man denken muss in dem Moment. Ja, eine Sache, eine Sache, die das halt, also warum ich die, weißt du, am Anfang hat man ja nur, also im ersten Kapitel hat man nur existierende Elemente. Mhm. Ähm, das Einzige, was quasi neu ist, aber es ist nichts Neues, wir haben es halt nur als einziger Mod groß aufgebaut, ist, dass man nur ein Portal schießen kann. Ja. Das macht, das behandelt Valve in ihrem Spiel immer nur als Tutorial-Element, aber, und ich, es gibt auch keinen einzigen großen Mod, der das bisher benutzt hat. Selbst Polous Resmalt startet gleich mit der fertigen Kanone. Mhm. Ähm, und ich, also dieses, das ist ein Gameplay-Element, das ist so faszinierend, weil es halt das, das Prinzip von Portal komplett auf den Kopf stellt, dass eins immer statisch ist und nicht aufgelöst wird. Und man denkt sich am Anfang, wenn man Portal 2, Portal 1, Portal 1 oder 2 spielt, dass es leichter ist, aber es ist viel, viel schwieriger und viel, viel limitierender. Ähm, und deswegen, ähm, wollte ich, also, ich glaube, wir haben 15, ihr habt, ihr habt 5, ihr habt gesagt, es sind 15, ich hab keine Ahnung, ob es 15 sind, 15 Puzzles, die nur das erste benutzen. Ich hab, soweit ich mich erinnere, ich hab das Video gesehen. Ähm, ja, Jonas hat das nachgezählt. Ähm, wenn sich Jonas da verzählt haben sollte, dann gibt's nochmal Gehaltsgespräche. Aber ja, ich weiß es nicht. Das ist ja das Schwierige. Ich hab, ich hab keine Ahnung, wie viele Puzzles wir haben, weil es ist teilweise schwer zu sagen, wo eins ausfällt und das andere endet. Ja, stimmt. Und dann fragt man sich auch, was zählt jetzt als Puzzle? Zählt das als Puzzle, wenn man ein Portal von da nach da schießen muss, um in den, hinter, hinter den Testkammern jetzt vorzukommen? Das ist ja kein Puzzle, das ist einfach nur fortbewegen. Aber ich weiß es nicht, das ist schwer zu zählen. Aber ja, wir haben sehr viel, nur mit einem Portal. Ähm, und da dachte ich mir, okay, da haben, die Spieler kennen sich aus mit diesen Elementen bereits, deswegen können wir die Schwierigkeitskarte da etwas höher drehen. Und später führen wir ja komplett neue Dinge an, die noch keiner gesehen hat. Also zumindest in Mods. Und, äh, ich wollte das nicht zu schwierig gestalten, weil ich mir dachte, hey, jetzt können wir das gesamte Tutorial, die gesamte Tutorial-Zyklus neu machen. Und die Spieler kennen sich damit ja noch nicht aus, deswegen können wir nicht zu hoch ansetzen. Sachen, warum ja Melt zum Beispiel so schwierig ist, ist, es benutzt keine eigenen Testelemente. Mhm. Und das, was sollst du sonst machen? Du kannst es nicht so leicht wie Portal 2 machen. Mhm. Sonst wäre das ja extrem langweilig. Deswegen heben wir die Schwierigkeitsgrad an, ähm, um das damit irgendwie originell zu machen. Das ist, äh, diese, diese Passage am Anfang, wo man nur einen Portal setzen muss, ist echt eine clevere Idee, finde ich. Weil es ist dann tatsächlich, es ist schon schwierig, ähm, aber es ist gleichzeitig halt ein bisschen ein neues Gefühl, das man hat, ne? So kenne ich meinen Portal nicht. Ich will doch beide Portale setzen können. Jetzt muss ich über dieses eine festplatzierte, äh, quasi drumrum denken, wie man da weiterkommt. Und das andere ist es aber auch nicht so schwierig, dass du Leute, die jetzt lange kein Portal gespielt haben oder sogar vielleicht, na gut, noch nie ein Portal gespielt haben, wären sie nicht, weil sie müssen ja Portal 2 besitzen, um die Mod spielen zu können. Es macht keinen Sinn. Warum spielt man Portal Revolution ohne Portal 2 bespielt zu haben? Es geht nicht, ja. Aber ja. Es sei denn, Leute kaufen jetzt Portal 2, nur um Portal Revolution spielen zu können. Ich meine, Portal 2 kostet irgendwie einen Euro oder so meistens im Steam Sale, also was soll's. Ja, ich frag mich, ob Valve diesen Sale gemacht hat, nur für Portal Revolution. Ich hab keine Ahnung, es ist perfekt getimt worden. Ja, also Leute kaufen sich das Spiel auf Steam, weil sie sofort nur auf der Konsole oder so hatten, äh, neu, um Portal Revolution spielen zu können. Ja. Ich, ich wollte wirklich schauen, dass Spieler, die Portal lange nicht mehr gespielt haben, mhm, ähm, dieses Spiel ohne Vorwissen, äh, nehmen können und es durchspielen können, ohne jetzt, äh, YouTube-Tutorials zu brauchen oder so. Weil eine Sache, die zum Beispiel viel an Portal SML kritisiert wurde von einem Leuten und vielen gefällt es und vielen anderen nicht, ist eben der Schwierigkeitsgrad und der bildet sich teilweise einfach daraus, dass diese Elemente nie einem beigebracht werden. Mhm. Zum Beispiel ein Element, was in Portal 2 nie benutzt wird, aber in fast jeder Community-Testkammer oder in sehr vielen, ist es einen Würfel, wie Spawnen zu müssen, also neu erstellen zu müssen. Man hat einen Knopf mit einem Dropper und dann drückt man und dann wird der Alte gelöscht und man kommt in den Neuen. Das ist etwas, was Portal 2 nie macht. Ja. Aber wir machen das und für diese Sachen wollte ich eben den ersten, das erste Kapitel bauen, um diese Sachen einzufügen. Und das, und die ersten paar Kammern sind sehr, 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 ähm, vorsichtig designt, um all diese Elemente einem beizubringen. Und ich meine, ich denke, es hat ziemlich gut funktioniert, weil ich habe Playtester hingesetzt in das letzte Level und die hatten absolut keine Ahnung. Dann habe ich den, die das gesamte Tutorial spielen lassen, was sich natürlich nicht, wie ein Tutorial anfühlt, weil es, ähm, in der Geschichte passiert ist, was ja auch Valve's Design so perfekt macht. Mhm. Dass, dass es nicht so, jetzt ist das Tutorial, jetzt erklären wir dir alles und man schaut, ob das vergisst oder nicht. So schulemäßig, das funktioniert einfach nicht. Ähm, und, und, und diese Spieler, ähm, mein Vater auch, äh, lerne diese Elemente und sagen mir dann, wäre das nicht hinterher, denn es jetzt, ah, ich muss einen Würfel respawnen. Und das ist für mich so, sie haben es gelernt, weil Design funktioniert. Das ist etwas, was sie davor nie gedacht haben, aber weil wir so viel Tutorial gehabt haben für diese Dinge, lernen die Spieler das und, ähm, ich denke, das hat relativ gut funktioniert, ja. Ja, wie clever, ey, wie clever. Also tatsächlich, das so organisch dann einzuführen, dass Leute von sich aus dieses Lernerlebnis haben, das vollkommen recht, das ist eine große Stärke von Valve und das hast du und das habt ihr auch mit Port Revolution super hingekriegt. Hätte ich so bewusst, das ist genau der Punkt, ne, wenn jemand seinen Job gut macht, dann merkst du es nicht, aber das hätte ich so bewusst jetzt gar nicht, äh, notiert, aber vollkommen richtig, definitiv. und worauf ihr ja, du hast es vorhin schon gesagt, worauf ihr verzichtet habt, ist zu komplexe und zu, äh, zu, zu abgehobene neue Dinge einzuführen. Das kann trotzdem cool sein, es gab ja damals auch vor, uh, vor zwei Jahren, glaube ich, Portal Reloaded, die Mod, ähm, die ein Zeitreiseportal als dritte Option quasi hinzugefügt hat. neben den beiden räumlichen Portalen konntest du dann auch noch von einer Gegenwartsversion in eine Zukunftsversion des Levels wechseln. Ich hab das auch gespielt, ich fand das auch cool, also es war eine coole Idee, aber da war für mich die Lernkurve extrem, weil dieses, ne, du musst, du musst, es versucht dir schon viele Dinge zu erklären und es erklärt dir auch vieles, aber dadurch, dass du irgendwie noch um diese zeitliche Ecke rumdenken musst, dass wenn du ein Portal platzierst in der Vergangenheit, dann in der Zukunft, in die Zukunft wechselst, dieses Portal noch da ist, weil es ja in der Vergangenheit platziert wurde, während wenn du in der Zukunft ein Portal platzierst und eine Vergangenheit wechselst, ist dieses Portal natürlich weg, weil es ja nur in der Zukunft platziert wurde und nicht in der Zeit zurückreisen kann, so wie du durch dieses Tor. Da fängt's schon an hier mit dem Rompendodeka-Eder in meinem Kopf, ja, da rumpelt's schon und ich denke, natürlich, es ist logisch, aber, uh, das und, und das ist schon am Anfang des Spiels. Also, Portal Reloaded, trotzdem Supermod, großen Glückwunsch auch da an das Team, aber, äh, Ich glaube, kam so nur ein Typ. Auch nur ein Typ, echt? Wow, okay. Ich glaube, ich glaube, in Deutsch, das war nicht so, was ich gehört habe. Falls ich was Falsches erzähle, tut mir leid. Ansonsten, wenn du uns zuschaust, du bist herzlich eingeladen, da würde mich auch sehr vieles interessieren, aber du stehst halt viel früher in Portal Reloaded, oder überhaupt stehst du sehr früh an so einer Wand, wo du dir denken kannst, keine Ahnung. Ja, genau. Und das ist, ähm, kann cool sein für Leute, die so richtig, äh, eine Herausforderung haben wollen, aber für so, ähm, ja, für so Leute wie mich wird's dann schon sehr schnell schwer. das ist das Ding. Ähm, man muss halt auch einfach seine, ja, ich hab zu viel auf Englisch gesprochen die letzten paar Wochen, seine Target Audience, man muss, man muss seine Zielgruppe finden. Ja. Und, ähm, viele Portal Mods setzen das halt auf sehr, sehr hohe Schwierigkeitsgrade und das kann man natürlich machen, das ist komplett legitim. Ich hab mich auch überlegt, ich hab mir auch überlegt, ist das so schwierig, weil das Design schlecht ist und nichts beigebracht wird, oder ist es einfach an sich schwierig? Ich hab keine Ahnung, ich möchte das jetzt nicht sagen, dass es schlecht, schlecht Design ist. Nee. Ich hab das nicht mal durchgespielt, weil es für mich einfach nichts, es ist, es ist, das ist das Ding, es ist, manche Leute gefällt's, manche Leute gefällt's nicht und ist halt sehr polarisierend. Portal Revolution war schon immer für die breite Masse, ähm, ausgelegt. Ja. Dass es, dass es zwar neue Dinge hat, die aber nicht zu weit vom Original weg, sich wegbewegen, aber trotzdem irgendwie interessant sind und halt für die, die einfach ein neues Erlebnis haben wollen, ähm, eine coole Erwärterung ist. Ja. Ja, und das ist es. Aber ja, Reloader war schon sehr, sehr schwierig, ich weiß auch nicht, wie immer. Ja, also, wie gesagt, diese Zeitsache, es ist eine wahnsinnig coole Idee. Ich liebe auch, muss ich persönlich sagen, ich finde diese Idee fantastisch und ich liebe Zeitreisespiele. Ich liebe auch in Titanfall 2 den Level, wo man in der Zeit so hin und her springt oder damals in Disornet hin. Also es ist immer, Zeitreisen sind immer cool, aber meine Güte, Zeitreise und dann noch 3D-Puzzle-Elemente, das musst du erst mal im Kopf unter einen Hut bringen. Ähm, Wahnsinn. so aufs Summoner vor allem. Ja. Ich finde, es ist auch ein sehr schön elegantes Element, weil es eben, ja, wie gesagt, Vor- und Nachteile und es verbindet sich mit allen Elementen. Es ist nicht so, oh, wir haben jetzt ein, was weiß ich, einen, lass mich ein dummes Gamed-Element ausdenken, ja. Wir haben jetzt einen Würfel, wir haben, wir haben jetzt einen Würfel, wenn man den mit einem Laser befeuert, dann explodiert er nach 10 Sekunden. Ja, okay, cool. Und dann kann er da mit Glas, und dann kann er da mit Glas kaputt machen. Das sind so Ideen, auf die viele Spieler um oder kommen und dann denkt man sich am Anfang, hey, das klingt ja voll cool. Und dann designt man Pass und man findet, das kannst du mit nichts verbinden. Es hat, du kannst damit eine Kammer bauen und das war's. So, sowas ist ungefähr unsere Bombenmechanik. Diese Kammer, wo man eine, das Glas mit Bomben zerstören muss. Oh ja. Mhm. Auch eine Mechanik, die wir eigentlich, also natürlich gab es Bomben auch in Portal 2 und Bomben sind jetzt nichts Revolutionäres, aber wir haben es quasi als Puzzle-Mechanik gemacht. Wie komme ich weiter? Welche Sachen kann ich kaputt machen? Mhm. Und Leute sagen, das wäre cool, das ist eine richtig coole Mechanik, da hätte ich gerne mehr davon. Aber ich dachte mir, auch zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ich dachte mir auch zu dem Zeitpunkt, dieses eine Puzzle ist sehr super. Warum macht man nicht ein zweites? Aber es ist richtig, richtig schwierig, das auszubauen, weil es sich halt mit keinen anderen Mechaniken kombinieren lässt. Aber das dritte Portal ist halt mit allen verbunden und solche Mechaniken sind immer am allerelegantesten. Ja, stimmt, ich kann das mit den Bomben super nachvollziehen, weil wie skalierst du das? Noch mehr Glasscheiben und noch mehr Bomben, die das irgendwie zerstören müssen? Es ist doch wieder permanenter Fortschritt, wie ich ja vorhin schon gemeint hatte. Es ist nicht so, dass das Glas wieder auf einmal zurückkommt. Da kann man sich überlegen, jetzt haben wir so ein Feld, was temporär kaputt geht und dann geht es ja Strom wieder. Aber es sind Sachen, die man sich als Designer überlegen könnte. Aber das ist halt ... Ja, vielmehr kann man damit wirklich machen. Aber deswegen, wir haben ein Puzzle und das hat gut funktioniert und dann gehen wir schon weiter und machen das nächste. Ja, und es wäre auch nicht Portal, diese Denkweise, die du gerade skizziert hast. Natürlich kannst du dir überlegen, wie könnte ich da jetzt noch einen draufsetzen und wie mache ich es noch irgendwie komplizierter. Aber Portal ist ja noch mal eigentlich simplistisch und minimalistisch. Und dann sich noch, also noch mal mehr ums Eck denken, um draufzusetzen, ist, also natürlich kann es cool sein, ja, für eine bestimmte Zielgruppe, aber es ist nicht das Portal-Prinzip. Was für mich da die herausragenden Beispiele sind, wir haben die Community-Testkammern vorhin schon angesprochen, da gibt es eine Miniserie, die auch recht beliebt ist, die heißt die Unreal Chambers. Also die unrealen Kammern, mit einer unmöglichen Geometrie, wo du zum Teil, wenn du durch ein Tor läufst, einen Raum anders siehst, genau, wo sich der, du siehst einen Level dann komplett anders, wenn du durch irgendwie, oder du läufst um eine Ecke und die Sachen sind völlig anders als beim letzten Mal, als du in diesem Raum geguckt hast. Oder du läufst zweimal um eine Ecke und der Raum ist schon wieder komplett anders. Und ich dreh durch. Also es sind, ich kann kein, also wirklich, ich kann kein Puzzle lösen mit dieser sich verändernden, unmöglichen Geometrie. Ich verstehe, was passiert, wenn ich um eine Ecke gehe. Okay, jetzt ist der Schalter da, wo vorher der Kugelschacht war. Wenn ich dann nochmal eine Ecke weitergehe, dann ist da, wo der Kugelschacht war, plötzlich so ein Magnetstrahl, der Sachen hochzieht, den ich auch mit einem Portal woanders hin. Aber wenn ich dann wieder um die Ecke gehe, dann ist wieder der Schalter. Also, ich bin froh, dass ihr sowas nicht gemacht habt. Ja, ja, das ist aber an sich, ist das einfach, ist das, das wird oft als nicht-euklinischer Raum bezeichnet. Einfach ist es ein vierdimensionaler Raum in einem Sinn. Du gehst in die Tür hier hinein und kommst da wieder raus. Du bist quasi wie ein Wurmloch. Ist die Nutzen in dieser Sachen auch Portals? Also, du kannst auch im Editor ein Portal setzen, was halt keine Effekte und so hat, um diese Sachen zu gestalten. Deswegen halt Portal, die Portal 2 Engine vor allem für solche Sachen aufgenutzt wird. Ja. Aber das ist an sich, ist das einfach nur eine andere Art, sich fortzubewegen und hat nicht mal was mit Portal zu tun. Also, das könntest du in jedem Spiel machen. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist, die Sachen, die sie darin designen, diese Unreal Chambers, das ist ja ultra klug. Also, ich will gar nicht irgendwie das schlechtreden oder kleinreden, was da an Hirnschmalz drinsteckt im Design dieser Puzzles. Aber es geht halt weg von dem, von dieser Einfachheit, die ein Portal für mich auszeichnet. Weil da, da muss ich halt, da liegt die Packung Aspirin schon neben mir, wenn ich nur in den Level reingehe, sozusagen. Es ist auch wieder cool für die Leute, die das mögen. Aber, ja, also, meins ist es nicht, sage ich mal. Ja, für mich ist es, es ist interessant und vor allem, die Portal Modding Community hat ja, hat dieses Element sehr viel aufgegriffen mit, das Zeitportal, das Portal-Loot funktioniert genau gleich. Die haben da auch das Portal, was in der Map platziert wird. Und dann wird es dort woanders hin teleportiert, in einen anderen Raum. Ähm, sowas machen Leute in der Portal 2 Engine auch sehr oft. Aber ja, ich wollte es sehr simpel halten. Warum diese Mod so groß, beliebt wurde, so viel aufgerufen, ich weiß nicht, wie ich es vielleicht beschreiben soll. Und ich glaube, das ist eben das, es ist, es ist nicht, äh, so wild, es ist nicht zu wild für die meisten Leute. Es ist bekannt und etwas neu, aber halt, ja, so wie früher quasi und nicht zu, äh, extrem. Ja, du fühlst dich zu Hause. Du kommst da rein und fühlst dich zu Hause wie ein Portal. Du hast eine schöne, ich meine, wie lange braucht man, um es durchzuspielen, so fünf, sechs Stunden, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ja, genau. Das ist extrem schwer. Wenn ich sage, fünf, sieben Stunden, kommt irgendwer her und sagt, ich habe es in zwei Stunden durchgekühlt. Ja gut, die Leute hast du immer. Da habe ich auch so ein paar Kandidaten im Kollegenkreis, ja. Und man, ja, und dann brauchen manche sieben Stunden, um bis zur Hälfte zu kommen. Es kommt komplett auf die Person, aber ich sehe sehr viel so um die fünf bis sieben Stunden. Ja, ich denke auch, das kommt gut hin. Manche vielleicht brauchen so viereinhalb. Es kommt darauf an, wie lange man, wie lange man vor dem Rätsel steht, was ich vorhin skizziert habe mit dem Strom. Und auch, wie viel man sich einfach umschaut. Es gibt so viele Details, die man überall entdecken kann. Und viele haben einfach so, die schauen nur nach vorne und spielen es zwei Stunden durch und sagen dann, das Spiel war sehr kurz. Und dann denke ich mir, ja. Ja. Wenn du dich da so schnell durchrushst, dann hast du halt ja so eine Erfahrung. Ja, das ist, da muss ich sagen, das ist auch mein Redakteursgen. Wenn ein Spiel mir offensichtlich sagt, geh nach links, geh ich erst mal nach rechts und gucke, was da ist. Vielleicht ist da was Cooles, was Kleines, was ich finden kann. Weil so ein bisschen Stanley Parable-mäßig, wenn der Erzähler mir sagt, geh nach links, geh ich auf jeden Fall in die andere Richtung, weil da wird es definitiv irgendwas geben. Also, das sich immer so ein Level komplett anzugucken und zu schauen, was versteckt sich da noch in den Ecken, das ist wichtig. Das ist was Cooles. Ja, das ist etwas, was ich gerne viel mehr gemacht hätte. Das ist halt, im Portal hast du keine Pickups, du hast keine Lebensansage, du hast sehr wenig Mechaniken, die dem Spieler irgendwie einen Vorteil geben. Du hast einfach die Portal-Klone. Und das macht das Spiel richtig elegant, weil es so simpel ist. Du hast nicht 80 Knöpfe auf der Tastatur, die zu einer speziellen Aktion gebunden sind. Mhm. Aber ich kann halt auch den Spielern jetzt dann nicht irgendwie ein Goodie geben, wenn sie jetzt eben das Geheimnis entdecken. Das sind halt eher einfach Easter Eggs, nämlich Anspielungen. Ich meine, ich habe sogar in Bernd das Brot Easter Egg eingebunden. Echt? Habe ich nicht gefunden. Es ist sehr, sehr obskur. Ja, ja. Ja, habe ich nicht gefunden, aber ich kann an der Stelle einfließen lassen, dass früher, als ich bei GameStar angefangen habe, Leute zu mir gesagt haben, du redest wie Bernd das Brot. Wo ich meinte, aha. Das hätte ich jetzt nicht getan. Ja, heute rede ich auch anders, aber damals habe ich ja so geredet, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ja, aber das, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Na, also das, was Bernd das Brot Easter Egg ist, in einer Kammer oder in einer Behind-the-Scenes-Bereich in Kapitel 3, ganz am Ende von Kapitel 3. Okay, mehr verraten wir nicht. Such das. Ja, ganz am Ende von Kapitel 3. Israel vielleicht zu finden. Viele finden das und schreiben in E-Mail, was ist das? Und es wird dann irgendwie beladigt, wenn es etwas ist, was sie nicht sofort verstehen. Ich denke mir, es ist aber mein Spiel. Ja, nein, es ist, man findet quasi eine, so eine Box, wo drauf steht White Box Master Control Program. Control Program. Das ist das White Box Master Control Program, was in einer von den Bernd das Brot folgen. Die Stimme im Nichts stellt sich in einer Folge vor, als das White Box Master Control Program. Aha! Und dann fand ich es witzig, dass das Ganze in Aperture wäre, weil das, ich meine, Bernd das Brot hat ja diese, diese ganzen Arme, die ihn rumbewegen und das fühlt sich ein bisschen so wie ein Testbereich an. Stimmt. Ich dachte, das passt sich in Aperture ganz gut an. Wenn wir das nächste Mal den Tommy Krabbeis da haben, der war auch schon bei uns im Podcast, wenn er mal wiederkommt, der Bernd das Brot Schöpfer, dann werde ich ihn das fragen, spielt Bernd das Brot eigentlich im Aperture-Verse? Definitiv. Das wäre sehr witzig. Ja, auf jeden Fall. Wie lang habt ihr denn eigentlich an Revolution gearbeitet? Ich habe gesehen, auf deinem YouTube-Kanal ist das erste Beta-Gameplay-Video von so einem Testpuzzle von vor fünf Jahren, also aus dem Jahr, jetzt muss ich rechnen, schon wieder Mathe. So neu ist das. 2019. Also wie lang läuft, also wie lang, wie lang läuft denn die Arbeit oder lief denn die Arbeit an der Mod? Also ich habe 2016 angefangen. 2016? Ich sage das immer, aber es ist so, damals habe ich quasi einfach nur mich mit dem Editor rumgespielt. Und diese frühen Versionen habe ich damals auch hochgeladen, das sind einfach nur Map-Packs, wo ich quasi einfach Dinge gebaut habe. Und viele Modder laden Sachen auf dem Workshop hoch, aber ich habe das irgendwie nie gemacht. Ich weiß nicht warum, ich habe den einfach ignoriert. Ich dachte auch nicht, dass das, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt irgendwie so gut war, dass ich jetzt stolz präsentieren möchte. Darum habe ich es einfach einzelnen Leuten geschickt, dass sie das spielen und ich fand das an sich schon cool genug. Und dann habe ich 2017, glaube ich, ja 2017, habe ich auf Steam Greenlight Port of Evolution eingereicht. Das gibt es ja gar nicht mehr. Ja, Steam Greenlight, das ist Urgeschichte inzwischen, wo man Spiele einreichen und von der Community hochwählen lassen konnte, damit sie tatsächlich gemacht werden und auf Steam erscheinen dürfen. wie sie auf die Idee gekommen sind. Ja, weiß ich auch nicht. Ich war jetzt nicht das die allerbeste Valve-Idee, aber ja, nein, gab es auch mal. Aber sie hatten eine Idee und sie haben sie auch umgesetzt. Das sind mir schon mal dankbar. Und wurde es hochgevortet bei Steam Greenlight damals? Wir waren Nummer zwei, ja. Wow. Nummer eins war damals Counter-Strike Classic Offensive. Okay. Und das wurde halt von YouTubern richtig hochgepusht. Deswegen war ich so, wow, wenn wir zwei sind und das ist ein, weil das war so, weißt du, so, da oben. Und ich war da. Aber ich meine, ich dachte, wir sind zwei, was, vor allem, ich wüsste nicht, warum das, diesen alten Trailer und das, was ich damals gemacht habe, irgendjemand hochwortete. Das war echt furchtbar. Aber, aber ich, das war einer dieser ersten so, Momente. Das wird was, das wird was Großes vielleicht. Weil jetzt kann ich so Steep veröffentlichen, das ist ja, das ist ja so cool. Und dann haben wir halt weitergebaut. Nachdem ist es halt, ähm, etwas bekannter geworden. Jetzt haben sich Leute gemeldet, dass sie vielleicht Musik machen möchten. Ah. Ähm, aber Level-Designed habe ich von Anfang bis Ende nur nicht. Wir hatten, 2017 bis 18, 19 waren so die Dark Ages. Du musst denken, ich war halt auch 14. Ja, natürlich. Ja. Ähm, ich wusste nicht, wie man ein Team lerntet und so. Ich war, ich habe, ich habe quasi einfach gesagt, hey, mach mal ein Level. Und dann war ich enttäuscht, dass es nicht exakt genau das war, was ich in meinem Kopf hatte, obwohl ich es nicht gesagt habe, was ich wollte. Ja, aber woher soll man es denn wissen in dem Alter? Hallo, als ich 14 war. Das lernt man. Als ich 14 war, wusste ich gar nichts, außer wie mein Rechner startet und Spiele installiert. Also, trotzdem Hut ab natürlich, dass du das damals schon gemacht hast und diese Idee auch entwickelt hast. Wie bist du denn, weißt du das noch, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Portal zu modden oder da eigene Portal Levels zu bauen? Also, sie haben ja, sie haben diesen, diesen Editor veröffentlicht, diesen Perpetual Testing Initiative Editor, der im Spiel funktioniert. Manche Leute denken, dass Portal-Lusion in diesem Editor entstanden ist. Das finde ich sehr witzig. Die haben den offensichtlich noch nie aufgemacht. Der ist perfekt, um Sachen, quasi Prototypen für Puzzles zu machen, aber halt extrem, extrem limitierend. Kannst du halt überhaupt nicht vergleichen mit dem Hammer Editor. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Ja. Und dann habe ich den, aber ich habe mich halt mit dem rumgespielt. Ich fand das richtig cool, so eigene Sachen zu machen. Ich habe davor schon, ich war irgendwie immer so am Level Design interessiert. So eigene Levels bauen. Damals, das gibt es noch immer, Super Mario Bros X, das ist ein Fan-Made-Spiel für den PC mit einem Level Editor. Ich weiß nicht, wie das noch immer online ist, ganz ehrlich, weil wir kennen ja Nintendo. Ja, Nintendo ist da eigentlich ziemlich streng. Ja, ja. Ich finde es überrascht, dass es noch immer online ist. Und der Counter-Card ist auch ein Editor, der damals halt zehn Minuten zum Starten gebraucht hat auf einem alten PC. Und das fand ich halt richtig cool. Und dann habe ich halt irgendwann Portal lieben gelernt und dann habe ich den Editor benutzt. Mhm. Ja, und vor allem, was mich dann inspiriert hat, den Mod zu machen, ist halt Portal Story mehr. Also ich habe das gesehen und dachte mir, das haben Leute gemacht, die einfach nur die Tools haben, die ich auch habe. Das ist halt so, viele, viele, oft denkt man so, oh ja, ich will das auch machen, ich will auch Filme machen, aber ich kann nicht, weil so und so. Und das ist auch, in Filmmaking ist das auch vielleicht nochmal so. Aber in dem Fall war das halt so ein Moment so, es gibt nichts, was mich daran hindert, das auch zu machen. Es ist, es bin einfach nur ich, ich muss einfach nur das lernen und die Zeit ranstecken. Aber ich habe alle Tools, um das zu machen und das war halt richtig inspirierend und dann habe ich einfach Experimente geführt. Und so richtig, die Mod, so wie sie jetzt ist, hat so wirklich 2019 bis 2020 angefangen. Okay. Ja, also, quasi vier Jahre in Entwicklung, aber halt acht Jahre Hintergrund quasi. Und der Mod Orton hat damals halt schon immer Port Revolution geheißen. Mhm. Obwohl da aus den damaligen Sachen nichts mehr übergeblieben ist. Außer der absolut grobeste Story Pitch oder halt Pitch überhaupt. Mhm. Nämlich, dass das erste Kapitel in diesen, also es spielt zwischen Portal 1 und 2 genauso wie Mel, weil, naja, 13-jähriger Typ denkt, ich kann auch Mel machen. Ähm, und, und das das erste Kapitel quasi im sauberen Stil ist und das zweite Kapitel dann im bewachsenen Stil ist. Mhm. In dem Fall haben wir halt doppelt so viel Kapitel jetzt, aber, äh, dieser originale Pitch ist seitdem konsistent geblieben. Ja, Wahnsinn. Ey, über die lange Zeit, das ist ja, du hast ja ja quasi dann so einen, ja, wie soll man sagen, so einen Kindheitstraum erfüllt so ein bisschen jetzt mit der, äh, mit der fertigen Mod oder weniger. Wie, wie groß war das Team denn insgesamt, oder wie viele Leute haben denn gearbeitet an Portal Revolution? Du hast gerade schon gesagt, du hast das Level-Design gemacht und natürlich auch so die Idee, ne, die so lange zurückgeht, aber wie groß war es insgesamt? Meinst du das Team, was quasi das Spiel, was jetzt ist, fertiggebracht hat? Weil davor hatten dann auch Leute, die kurz dabei waren und dann wieder weg. Oh mein Gott, okay, warte, äh, auf wie vielen Zeitlinien bewegen wir uns, äh, jetzt? Also, wenn wir auf das Team schauen, was das Team, äh, was das Spiel jetzt tatsächlich erst mal fertig gemacht hat? Mhm. Ähm, es sind sieben Leute, davon sind zwei die Synchronsprecher, einer der Musikproduzent, ähm, und dann vier Core-Enträger, die das Spiel an sich gemacht haben. Das bin halt ich, äh, die Esel nennt sich zuerst. Ähm, na, ich musste den Namen überlegen, weil ich rede immer nur mit Username, das muss ich mit echten Namen aus den Credits überlegen. Äh, ähm, äh, Tristan, Rory und Dustin. Mhm. Ähm, das sind, also, Tristan hat, hat uns eigentlich als, als Level-Designer uns beigetreten, äh, nicht als Level-Designer, sondern als Environment-Artist, also Sachen schön aussehen zu lassen. Ähm, ist aber immer, immer, immer mehr ins Modeling gegangen und hat dann unsere, fast alle unsere neuen Elemente gemacht. Zum Beispiel das Spielermodel, die Portal-Gun-Skins, mehrere. Ja, wir mussten einfach übertreiben und halt auch die ganzen Sachen, die ich nicht spoilern möchte. Äh, äh, Dustin ist als Level-, ist als Environment-Artist gekommen und blieb auch Environment-Artist, hat dann aber auch sehr viel, vor allem, einfach so kleinere Sachen geholfen. Mhm. Weil es ist ja trotzdem sehr viel Arbeit auf mich gefallen, aber wenn dann ein, ein Playtest ein Problem hatte oder einen Bug hatte, dann musste ich den halt nicht selber fixen, sondern konnte von, ähm, ihm zum Beispiel gefixt werden. Ähm, und hat halt vor allem unsere, die ganzen kleinen Details, Büros und so, gebaut, Sachen, die auf die ich keine Lust habe. Äh, und auch, äh, Effektarbeit, also wenn du jetzt einen Raum betrittst und dann alles explodiert und fällt runter und Sounds und so, sind auch einige Sachen von Dustin gemacht worden. Äh, und dann Rory hat eigentlich, ist uns als Modeller beigetreten, hat auch ein paar Sachen am Anfang gemacht, aber ist immer mehr ins Programmier gegangen. Ähm, und hat zum Beispiel die, die saubere, äh, Kamera-Animation am Anfang gemacht. Ähm, und vor allem unsere volumetrischen Lichter, die in Echtzeit brächt. Das ist ein Feature in Source-Engine, so etwas hinzubekommen. Das ist etwas, was, worüber jeder Source-Engine-Programmierer redet, aber wirklich implementiert in einem Spiel, was dann auch veröffentlicht wird, wird das sehr, sehr selten. Und da kann er extrem stolz, und er hat ja so viele Nächte daran gearbeitet, also das ist wirklich ein Ding, was die Community irgendwie nicht so ganz wahrgenommen hat bisher. Aber das war so ein gigantischer Aufwand, diese volumetrischen Lichter einzufügen. Wir haben sie leider nicht so viel benutzen können, wie wir wollten, weil wir die echt sehr, sehr spät im Entwicklungszyklus hatten. Aber es gibt einige Bereiche, wo die trotzdem noch, äh, am Ende hingekommen sind. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt hast du es gerade erwähnt, ne, über die Jahre hinweg ist es ja bei Mods nicht unüblich, dass auch immer wieder einzelne Teammitglieder kommen und gehen, und das ist, weil das natürlich eine Arbeit ist, in der Freizeit unbezahlt, ne, natürlich können sich Lebensumstände ändern bei Leuten, manch einer bekommt ein Kind oder vielleicht aus Krankheitsgründen wollen wir es nicht hoffen oder sowas. Also ich nehme an, das war bei Revolution genauso, oder? Ja, ja, also Kinder bekommt keiner bei uns mit 19, aber, ähm, geht alles. Also, zum Glück. Ja, stimmt, das kann schon gehen, aber ich meine, wir waren halt damals, was weiß ich, 14 und so. Also wir sind alles sehr junge Leute. Ähm, ja, natürlich, das ist ja auch viel mehr, das ist ja nicht so, wir machen es in den Firmen auf und haben das Team genauso, das ist einfach, hey, wollen wir gemeinsam was machen, hast du Bock, mach mal, ja, okay, du sollst einfach niemandem verraten und so. Ähm, ja, natürlich, und da gab es dann Leute, die waren quasi am Team, offiziell, sind dann irgendwann gegangen oder was auch immer Team umstrukturiert, äh, aber auch viele Leute in den Credits sind einfach Leute, die haben ihre, ihre Assets, ihre 3D-Modelle, Texturen, was auch immer, einfach frei zur Verfügung gestellt und dann fragen wir halt nochmal, hey, können wir es benutzen? Und dann nutzen wir das. Einfach, und die sagen, ja, passt, wir wollen nur in den Credits sein und ja, perfekt. Ja, die sind dann unter Contributors, also unter Mitwerkenden, ähm, aufgelistet. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie viele insgesamt waren, weil, das ist, also das, dieses Team ist eigentlich seit 2019 ziemlich gleich. Ja. Also all diese Sachen sind so in den Dark Ages, sag ich mal. Okay. Ja, da war die, die große, das große Hin und Her Schwappen, der Team. Ja, und es war auch nicht so, dass wir da jeden Tag gearbeitet haben. Ja, klar. Ähm, ich meine, es war einfach so ein Hobbit-Ding, was man nebenbei als Schüler macht. Ja, ja, wie es halt viele Mods nun mal sind und es ist ja auch völlig legitim, äh, zu sagen, okay, da arbeite ich halt nur dran, wenn ich Zeit und Bock hab, äh, dann irgendwie. Wie ist es denn jetzt, ne, du hast gerade schon die volumetrischen Lichter erwähnt, die erst ja spät mit reingekommen sind und mit denen du gerne noch mehr gemacht hättest. War es für dich wichtig, Portal Revolution jetzt so rauszubringen, also wirklich so ein fixes Datum zu haben, wo man endlich sagen kann, Hurra, es ist fertig? Oder hat es dich doch irgendwie auch in den Fingern gekitzelt, zu sagen, komm, lass es noch, lass es noch größer machen, lass noch mehr reinbauen? Feature Creep erklärst du gerade. Ja, genau, Feature Creep, ja. Ja, ja, das ist, warum keine Mods rauskommen. Ja. Es gibt ja so viele, die in der Entwicklung sind, aber dann eine richtige Deadline zu setzen und, äh, eine Struktur zu haben, die von Anfang bis Ende auch einhält, aber auch trotzdem noch die Freiheit hat, Dinge zu ändern währenddessen, ähm, ist extrem wichtig und ich glaube, das haben wir ziemlich gut gemacht, weil wir hatten, also wir waren echt sehr gut organisiert für ein Mod-Team in der Freizeit. Wir hatten wöchentliche Meetings, wir haben, äh, alles mit Scrum, oder ist es agil? Ich vergesse es immer. Halt mit, äh, mit Trello, äh, ja, ja, Projektmanagement-Zeug, genau, ja, 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 ähm, wir haben das in der Schule gelernt, aber da gibt es viele Begriffe, die alle das lernen. Was? So was lernt ihr in der Schule? Ich wäre froh gewesen, dass hätten wir jemand in der Schule. Das sind ja wirklich, das, also, Entschuldigung, ich schweife ab, aber das sind ja wirklich Skills, was man im echten Leben brauchen kann, Projektmanagement. Nein, ich war auch auf der HTL, ja. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt sinnvoll. Nee, ich. Ja, na, HTL ist Höhere Technische Lehr-, es ist eigentlich HTB-LV-A, ähm, Höhere Technische Bildungslehre- und Versuchsanstalt. Das Anstalt ist ganz wichtig, ja. Okay. Da wirst du verrückt. Okay. Ich, ähm, für mich klingt das auch ein bisschen nach Aperture, wenn du das so sagst. Ja, ja, ist es, es ist es wirklich so. Es schaut doch so aus, meine Damen und Herren, wo ich war. Aber es ist, es ist quasi ein College und, ich nenne, und die Oberstufe verbunden in einem gleichzeitig. Okay. Halt extrem stressig, aber ja, da, da, da gehst du hin mit 14, hast du deinen Abschluss mit 18, 19, was auch immer. Ja. Ähm, sind fünf Jahre und halt, hast du das volle Programm, Softwareentwicklung, in mehreren Programmiersprachen, Netzwerktechnik, ähm, Datenbanken, Projektmanagement, Betriebswirtschaftsmanagement, wo du auch lernst, wie du ein guter Chef wirst. Ja, okay. Und wie du eine Firma gründest und all das, wie wollen wir nicht Unternehmer aus uns machen. Ja, na ja. Ja, da haben wir halt auch Projektmanagement gelernt und wie man das am richtigsten macht. Ja. Und das hat mir auch ziemlich geholfen. Das hat mich, das war doch auch eines der interessantesten Fächer. Ja, definitiv. Ja, wie lehrtet man ein Team? Die meisten waren so, aber ich war halt so, oh, wo ist es, weißt du, ich mach das ja schon die ganze Zeit selber. Nee, aber du musst, ich mein Projekt, ich meine jetzt, wir wandern ein bisschen weg von Modding, ich komm gleich wieder dahin zurück, aber Projektmanagement ist selbst bei professionellen Studios der Grund, warum Spiele scheitern. Oder nicht scheitern, aber zumindest in Zuständen rauskommen, wo wir uns wünschen würden, sie wären nicht rausgekommen. weil einfach von Anfang an die Projektplanung nicht ordentlich gemacht wurde, es wurden keine richtigen Milestones definiert, es wurden die Fähigkeiten des Teams falsch eingeschätzt oder falsch auch allokiert, dass man irgendwie Ressourcen falsch geplant hat und sowas. Und so passieren halt Sachen wie, weiß ich nicht, Cyberpunk oder so auf der Konsole. Und definitiv auch da wieder ein Punkt, den man von außen betrachtet überhaupt nicht wahrnimmt, den man aber sehr wohl wahrnimmt, wenn das schiefläuft. Weil dann kommt halt, ja, Chaos bei rum. Vor allem, die wissen, also die meisten Leute wissen nicht, wie Software und vor allem Spiele wirklich gemacht werden. Und es ist viel, 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 viel mehr Aufwand, als jeder glaubt. Und selbst wenn ihr glaubt, ich weiß nicht warum, ich möchte es niemanden beschimpfen, ich sag einfach nur, selbst wenn man sich denkt, ja, ich tue eh schon im Kopf mal 10 rechnen, dann reicht das nochmal mal 10. Ähm, ich meine, die Kommentare machen mir nichts mal mehr aus, aber ein Kommentar, den ich bekommen habe, war zum Beispiel, 8 Jahre, das sind für mich nach einem 6 Monate Projekt. Ja, ja, das wäre schön, das wäre so schön, wenn so etwas nur 6 Monate dauern würde, dann hätten wir, das wäre eine utopische Welt, wir wären alle glücklich, es würde keine Kriege mehr geben, ich sag's dir, es wäre, hallo, ja, also ich meine, natürlich hat man unrealistische Vorstellungen davon, wie was funktioniert, wenn man es nicht kennt, aber ja, nein, ich spiele Portal Revolution und denke mir nicht, hey, das habt ihr doch in 6 Monaten zusammengekleistert, das ist absoluter Quatsch. Ja, das war auch nur ein Kommentar, das war halt so, das hat halt auch so einen Teil von, ich kann's besser, weißt du, in dem sich drin, und da denke ich mir, dann mach's doch in 6 Monaten, wenn's doch so leicht ist, dann viel, viel Freude damit. Ja, definitiv, ja, um zurückzukommen, um zurückzukommen jetzt zum Entwicklungsprozess und als das Ding fertig war, tatsächlich, wie hat euch, oder wie lief denn dann dann Kontakt, Kontakt, jetzt fang ich auch schon an Englisch zu reden, wie lief dann der Kontakt zu Valve, wie hat euch Valve denn dann geholfen? Sie haben uns geholfen, indem sie unser Spiel nicht reviewed haben. Okay, gut. Nee, aber gab's irgendwie währenddessen noch weitere, also hat Valve auch in der Entwicklungszeit irgendwie geholfen oder habt ihr die kontaktieren können oder geht da gar nix? Also mit Valve in Kontakt zu kommen, ist das Schwierigste, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das Einzige, was wirklich passiert ist, ist das halt, A, Steam Greenlight, ja, ganz am Anfang und dann die Source Engine Lizenz. Das hat ein Jahr gedauert. Okay. Ja. Ja. Wow. Das war ein Jahr lang E-Mails schreiben. Echt? Bis eine Antwort kam oder weil der Prozess so komplex ist? Du schreibst deine E-Mail, bekommst nach drei Monaten eine Antwort, da steht dann drinnen, tut mir leid für die Verzögerung, ich hab vergessen, worum es geht, kannst du mich noch mal erinnern? Geil, und dann kommt drei Monate später die nächste Antwort, du. Dann kommt vier Monate später die nächste Antwort, dann bekommst du vielleicht irgendwann einmal einen Vertrag und dann vergessen, sie dir aber Code-Access zu geben. Mhm. Und dann hast du einen Vertrag, hast keine Code und kannst nichts machen, das bringt dir ja weder nichts. Ja. Okay. Ich streiche hier die Frage, wie hat euch Valve geholfen, einfach durch und dann schreibe ich stattdessen dahin, wie sauer bist du auf Valve? Nee, klar, aber ich kenne das, weil ich bin einerseits froh, weil ich ein Spiegelbild sehe, andererseits traue ich, dass du das sagst, weil uns geht's genauso. Also auch von Presse-Seite, E-Mails an Valve schicken oder überhaupt, Kontaktaufnahme Valve ist wie Signale ins All senden. Manchmal kommt was aus dem All zu dir, wenn du nicht nachgefragt hast, wenn sie was von dir wollen, in unserem Fall, also wenn Valve irgendwas Neues macht und sagen möchte, hey, hier ist unser Steam Deck oder hier ist damals Artifact, ihr Kartenspiel oder so, dann ist Valve plötzlich da und redet mit dir, aber wenn du sagst, hey Valve, wie wär's mal mit, kannst du auch einfach, weiß ich nicht, kann ich auch der Katze sagen, dann passiert genauso viel. Also, ja. Die brauchen mindestens dreimal so viele Mitarbeiter für das, was die machen wollen. Valve, meinst du? Die ist eine extrem kleine Firma. Ja, ja, ist eine kleine Firma. Für das, was die machen, ich glaub, die haben gerade mal vielleicht 200, 300 Mitarbeiter, ich hab keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber die Zahlen hab ich so gehört. Für das, was die alles machen, ist das, dass die es in Comble anders läuft und vor allem die haben, weil die ja diese freie Arbeitsweise haben, jeder kann machen, was er will. Ja, wer möchte schon mir eine E-Mail schreiben und mir einen Vertrag zuschicken, wenn du stattdessen noch was anders machen kannst. Ja, hoffentlich spielen die jetzt wenigstens Portal Revolution und haben ein schlechtes Gewissen. Vielleicht, falls uns jemand zuschaut von Valve, schreib uns in die Kommentare, ob du ein schlechtes Gewissen hast. Für dich. Ja, ja, der einzige Deutsche. Aha, aha, genau, ja, wir kennen dich. Wie sieht es jetzt aus für dich oder für euch? Wollt ihr als Team jetzt noch weiterarbeiten? Überlegt ihr, weiß ich nicht, Portal Revolution vielleicht fortzusetzen? Es gibt ja, ich will es nicht spoilern, aber es, also ich sag mal, das Ende macht eine Andeutung, an die man anknüpfen könnte, theoretisch. Ist es eine Option? Also ich wollte das Ende so gestalten, dass es nicht so extrem final abschließt wie Portal 2, weil Portal 2 ist sehr, sehr schwer fortzusetzen, weil sie einfach so perfekt abgeschlossen haben. Ich wollte es so machen, dass es erwartbarer ist, erwartbarer ist das ein Wort, ich hab keine Ahnung, aber trotzdem diese Story mal einen Schlussstrich setzt. Aber an sich, ich mein, ich würd echt gerne eins machen, aber ich möchte auch mal was anderes machen. Ja, Geld verdienen wär auch nicht schlecht. Ich mein, Modding ist halt eine Kunst, aber eine Brotlose leider. Wie ist es, ist für dich Modding jetzt auch ein bisschen das Sprungbrett vielleicht in die Spielindustrie? Oder überlegst du jemandem, du hast es gelernt, ne? Überlegst du vielleicht sogar ein eigenes Studio zu gründen irgendwann mal? Studio wär cool, ich hab eine richtig coole Idee, aber da fehlt auch die Kohle wieder. Weißt du, wenn du das Ding fast fertig hast und brauchst du noch drei Monate, um es fertig zu haben, macht es keinen Sinn, jetzt einen, jetzt irgendwie versuch in die Branche reinzugehen und dann braucht Portal 2 schon noch ein Jahr länger, weil du es halt nur noch weniger Zeit dafür hast. Ähm. Ja, ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert passieren wird. Okay. Das war einfach so, das eine Ding, darauf hab ich mich so lange konzentriert, ähm, während Schule, während Zivildienst, das habt ihr zum Glück nicht. Nicht mehr, ich hab Zivildienst noch gemacht. Meine Generation weiß noch, wie es ist, alte Leute in Essen zu bringen. Ja, ja. Ja, ich war im Kindergarten. Das ist auch schön. Konntest du, hast du direkt Playtesting machen können dann mit den Kids. Na, 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 na. Ja, ja. Nee, tatsächlich. Da haben sie keine Tablets. Ja, okay. Aber du, ja, wie du sagst, ich mein, klar, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich muss auf jeden Fall sagen, äh, danke, dass es logischerweise Modding gibt, ne, nach wie vor eine der großen Stärken, insbesondere von PC-Spielen und danke, dass es einfach talentierte Leute gibt wie dich und dein Team, die sowas auf die Beine stellen können. Einfach super. Was soll man sagen? Danke an Valve, dass ihr uns nicht, äh, sie ist ja desist schreibt. Das muss man auch mal sagen. Es gibt so viele Firmen, die Modding von ihren Spielen komplett verbieten und gegen die vorgehen. Wenn du ein Nintendo-Fangame machst, wirst du von denen verklagt. Wenn du es für Valve-Spiele machst, wirst du von denen angestellt. Ja, exakt. Das wollte ich mich gerade sagen. Für Valve ist das ja mindestens ein Talent-Scouting, wenn nicht sogar ein Gameplay-Ideen-Scouting. Und man muss ja dazu sagen, wir haben schon mal einen eigenen Talk gemacht über Modding, aber aus Modding sind einige der erfolgreichsten Gaming-Trends der letzten Jahre erwachsen. Ne, wo kommt denn das Survival her von DayZ? Der letzten Jahrzehnte. Ja. Counter-Strike. Ja, Counter-Strike als Mod angefangen. Battle Royale als Mod angefangen. Also, sehr viel sehr Kreatives und Innovatives passiert da. Und dass Valve dann sagt, ich meine, nicht umsonst haben sie ihr Dota 2, was ja auch auf einer Mod basiert, natürlich für ein Spiel, was Blizzard gemacht hat und dann verpennt, da weiter drauf zu bauen. Aber unabhängig davon, für Valve ist es einfach ein, die haben erkannt, dass da sehr viel Innovation passiert, die ihnen dann auch wieder nutzen kann und Gabe Duel noch reicher macht. Ja. Wozu selbst Skins machen für Counter-Strike, wenn man noch einfach die Communities machen lässt. Ja, genau. Gratisarbeit für die und die Community freut sich. Ist clever. Ist einfach clever. Valve ist, das muss man sagen, Valve ist einfach clever, aber genauso clever, zumindest vom Gameplay her und von dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist Portal Revolution eine sehr coole Mod und hiermit auch nochmal die Empfehlung, schaut es euch an, schaut euch auch das Video von Jonas gerne an, wenn ihr genauer sehen möchtet, was da drin steckt und schaut gerne auch auf dem YouTube-Kanal von Stefan vorbei, um ein bisschen so leichte Blicke hinter die Kulissen zu erhaschen, so aus der Entstehung von Portal Revolution. Dein YouTube-Kanal heißt einfach wie du, Stefan Heinz, so findet ihr ihn und ich sage an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Es war mir eine große Freude. Danke für die Handlung. Und an euch alle da draußen, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, auf einer Plattform eurer Wahl, wo immer ihr uns seht oder hört. Das würde mich am meisten freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. B du Bis zum nächsten Mal.